Die Leute fragen, was ist ein Rock'n'Roller? Und ich sag's ihnen, es geht nicht um Drums, Drogen und Ausflüge in die Notaufnahme. Oh nein, da geht's um viel mehr, mein Freund. Wir stehen alle auf die schönen Dinge im Leben. Der eine auf die Kohle, der andere auf die Drogen, wieder andere auf den Sex, den Glamour oder den Ruhm. Aber ein Rock'n'Roller, der ist anders. Wieso? Weil der echte Rock'n'Roller das komplette Paket will. Wieso? 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 Untertitelung des ZDF, 2020